So, ein Geburtstags-Päckchen von der Iris und einmal von der Ulrike. Hallo, Paule. Komm her. Na komm. So, dann können wir mal aufmachen. Der Paulchen ist auch da. Der Paulchen. Das ist aber nicht für Paulchen hier. Wenn ich deinen Fleck immer sehe, hier oben, Mensch. Ja. Das ist nicht für Paule. So, Iris. Vielen Dank. Das ist ja wirklich eine gute Überraschung. Die fällt mir. Echt super. Ist ja leider ein kleines Maneur passiert. Ich dachte, ich nehme auf und habe die Kamera ja nicht angehabt. Jetzt musste ich natürlich das nochmal nachstellen. Eierlich, Mensch. So, nochmal danke, Iris. So, jetzt wollen wir das mal von der Ulrike aufmachen. Das kommt ein bisschen weiter dahin. Dann muss ich erstmal die Kamera wieder ausmachen. Ja, das ist auch cool. Super. Na. Danke dir, Ulrike. Was heißt das? Ich muss Platz schaffen. Kein Platz mehr da. Pause, ein neues Spiel. Tja, wir waren nur am ersten Tag. Und am nächsten Tag. Und dann ist es vorbei. War Paule. Aber das ist typisch Katze. Schmeißt ein Stück Papier hin. Spielen sie den ganzen Tag mit. Ja, da muss er auch nächste Woche. Ne, übernächste Woche rein. So, prima. Bedanke mich nochmal bei euch beiden. Darf ich mal bei euch. B瑕isch. Vielen Dank.